Woche 10 Unter der Dualität Es ist das Lebenskonzept, innerhalb der selbstvergessenen Ich-Rolle auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein. Aus der kindlichen Perspektive ist es nachvollziehbar, dass man gewinnen will. Aber diese kann nicht sehen, dass sich dieser augenscheinliche Gewinn aus höherer Sicht als Verlust erweisen wird. Die Orientierung an dem Eigenwohl, was ja erst die Wertung von angenehm und unangenehm, Erfolg und Fehlschlag generierte, vernebelt die Ausrichtung auf Radha Krishna, Bhagavad Gita 7.27. Selbst der allergrößte innerweltliche Erfolg vermag nie, nur annähernd, diese durch Selbstisolation generierte Lehre zu kompensieren. Wer mit der Vorliebe zu gewinnen in dieses Leben hineinzieht, wird leiden, wenn man verliert. Danach wird man Gott anklagen und sich betrauern und verzweifelt fragen, warum gerade mir so etwas geschehen konnte. Doch was das Leiden generiert hatte, war nicht der Fluss der Prakriti, das objektive Geschehen, sondern diese eigene gesetzte Vorstellung. Wenn die begrenzte lokale Perspektive aufgegeben ist, erkennt man, dass alles Gewinn sein könnte, da die Hinwendung zu Krishna in jedem Augenblick offen steht. Die egozentrische Vorstellung, aus frühkindlicher Zeit auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein, erweist sich aus der klaren Betrachtungsweise heraus immer als Blockierer in die Freiheit. Wenn es niemanden mehr gibt, der festhält und der fixiert, sind auch duale Betrachtungen wie Erfolg oder Verlust usw. verschwunden. Diese fixierten Ideen des Geistes wie Gewinn und Verlust zersplittern alle Erfahrungen in ein duales System ein und man verliert die Schau, dass sich alles in Krishnas Obhut abspielt und auf ihm ruht. Man sollte die bedingte Seite und die bedingten Tätigkeiten anderer Personen weder loben noch kritisieren. Vielmehr sollte man diese Welt einfach nur als eine Kombination von materieller Natur plus Seelen betrachten. Welche die Brakriti genießen wollen und einen persönlichen Anspruch auf diesen Schatten projizieren. All dies spielt sich auf der Grundlage der einen absoluten Wahrheit ab. Der Geist, der durch das Chenten der Heiligen Namen auf Krishna gerichtet und in ihm verankert ist, verliert natürlicherweise die bisherigen Wertungen wie der Präferenz für den Gewinn und der Ablehnung gegen den Verlust. Wir sind von einer Idylle gefangen, die uns denken lässt, dass äußere Frieden friedlicher sei als äußerer Krieg. Wir dürfen einkehren in einen Zustand jenseits äußeren Krieges und Friedens. Dies ist eine Wahrnehmung, die das relative Gute für einen selbst nicht mehr als erstrebenswerter betrachtet, als das Unangenehme in dieser Welt. Ist der Gleichmut des Geistes nicht ein langweiliger Zustand? Dann gibt es keine Aufs und Abs mehr. Alles ist in Balance. Wo ist dann die Würze des Lebens in dieser Gleichförmigkeit? So kann nur jemand denken, der die Faszination des Ewigen noch nie erahnt hat. Die Seele sucht nach effektiver Freiheit durch den Bezug zu Radha und Krishna. Und sie will nicht einfach eine bequemere Art der Gefangenschaft. Substanz existiert unterhalb der Gegensatzpaare. Wenn man sich den einen Pol der Dualitätenpaare ersehnt und so natürlicherweise den anderen Pol ablehnt, verbleibt man in Gefangenschaft von Begehren und Abneigen. Dadurch lebt man an der direkten darunterliegenden Grundwahrnehmung vorbei. Wer sich nicht mehr mit einem Leben im entmutigten, resignativen Loch oder einem anstrengenden, oberflächlichen Spaßleben abfinden möchte, darf den Schleier des Vergessens lüften. In einem tiefen Vertrauen über die Wirklichkeit Krishnas wird alles zu dem Hinzugehen auf ihn hinzu. Die Wertsetzungen von Angenehm und Schlimm sind sehr willkürlich gesetzt. Und wenn man sie einstürzen lässt, ist gleich darunter ein ununterbrochener Strom von Glückseligkeit, welcher nicht mehr angeknüpft ist an bestimmte Zustände der Außenwelt, denen man zuvor Präferenz gegeben hatte. Direkt unter diesen zierenden Polaritäten darf Substanz erfahren werden. Man darf den Kampf gegen Umstände einstellen. Denn man hat nicht an den Situationen gelitten, sondern am eigenen Widerstand gegen diese. Die Ursache von Unglück ist nie die Situation selber, sondern es sind immer die inneren Auffühlungen und Gedanken, die man sich darüber anstellte. Aber jede erlebte Situation ist neutral. Es ist nacktes Geschehen. Doch der Mensch will nicht bei dieser Tatsache stehen bleiben, sondern strickt endlose mentale Geschichten, Interpretationen, Gedanken und Gefühle darüber. Und es erstaunt nicht, dass er die Leichtigkeit des Seelengefühls dabei verliert und an der Schwerheit leidet. Ich habe noch 50 Rappen auf dem Konto. Das ist die schlicht ausgedrückte Situation. Ich bin ruiniert, ist die lebende, selbstgestreckte Geschichte darum herum. Verlust geschieht unvermeidlich im Leben. Man verliert Besitz, Position und Status und auch Menschen, die einem lieb und nahe waren. Im Augenblick des Verlierens rebelliert das Ich, das glaubte, Kontrolle innezuhaben. Dieser mindert die Position dieses Ichs. Man stellte sich vor, dass nun, wo die Ich-Instanz den Überblick verliert, ein endloser Ozean des Leidens übrig bliebe. Doch es war eine Täuschung, eine Selbstrechtfertigungsstrategie des Geistes, die solche Szenarien generierte. Man war programmiert, dass Verlust Unglück bedeute. Exakt einen Schritt dahinter aber betritt man den Raum, der von der Erscheinung, die sich gerade auflöste, gar nicht besetzt war. In dieser inneren Ausweitung drin pulsiert eine stille und spektakuläre Freude. Unterhalb von der Verzweiflung der eigenen Endlichkeit und Sterblichkeit und der Verneinung und Ausblendung dieser, um sich um Beständigkeit in der Welt zu mühen, existiert Saat, Ewigkeit. Unterhalb von selbstgemachten Sinneszuschreibungen zu Dingen und der Depression der Sinnlosigkeit ist Chit, gegebene Sinnhaftigkeit in allem. Unterhalb von Glück und Schmerz ist Ananda, ununterbrochene Glückseligkeit. Saat, Chit und Ananda konstruieren die Grundsubstanzen, aus denen die individuelle Seele bestehen. Sie können die Frage und darunter verbrechen werden, der Kannst du bei einem All- und Schmerz zuschägen? Sie können die Antworten auf ersterki,